Triebe und Auspuff oh komm und ich hab da Halle noch ein paar Tage GOMELEBEERN Du musst ja unbedingt mal die holländische Version in Holland hören Du kriest dich nicht mehr ein was ist Omkrami, da wo ist die denn? Wo bist du denn? wenn du da eine pyramide nicht findest dann bist du das ist eine große schwarze glas wieder glaubst du glaubst du denn dann 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 was ich muss jetzt gleich die grube anmachen die fehlt noch auf netflix man aber sie haben jetzt prinz von balear ich bin so happy ja der ist denn 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 von mir und dort und überall all unfall unfall ja geil hey dankespiel danke mehr das sind die gummi werden oder irgendwie so bist du denn marie auch in vigas auch in vigas harte mich schmal ey haa ey was ist denn die hintere ist hi es gehört ich fliege mal zu weis ich schmerzen mehr du bist grad in der Nähe deswegen du hast 2km doch ich weiß gar nicht du bist weg ach da bist du du bist wieder allein allein ja du musst da hoch fahren folge mir unauffällig okay aber der schub sich da runter nein tu ich nicht mal schauen ob du mit dem frontantrieb hoch kommst ansonsten du brauchst allrad aber es sollte eigentlich gehen geht so ein bisschen einfach wir shoppt er schon da musst du hin und da kannst du das foto machen ok soll ich dich schieben ne ne es geht schon einfach wir shoppt er schon irgendwie tatsächlich warte oh oh ja aber ich bin mit dem boot dahinter geflogen was machst du da was machst du da ich dachte du fährst ja ne ne ich bin grad nur langsamer gefangen als gesehen dass du da drin bist pam 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 padam pam ba paren lah da v frost du f courage v behir meine Name ist gesch� Ja, da flog gerade Jeff. Oh, Jesse. Ich hab noch viele Fotoaufgaben in der Nähe. Nee, danke. Kartoffelsalade mit Gurken und Essen und Grillflash noch dabei. Keine Ahnung. Bei dem Up, ey. Hat er voll das Zeug mitgenommen. Ja, endlich. Oh, ja. Oh, das ist so gut. Was du fragst. Oh, Boote. Oh, oh. Ich muss aber kurz rufen. Oh, Boote. Oh, oh. Ich muss aber kurz rufen. Alles klar. Nee, ich mein jetzt hier aufs andere Haus. Geil, ich hab's drüber, äh, drüber geschafft. Da hoch gesprungen. Siehst du mich? Da ist das zu weit weg. Ja, ich seh dich nicht. Äh, fangen wir ein Stückchen weiter dahinter. Ich seh dich nämlich auch noch nicht. Okay. Ich geh mal kurz. Bin getan. Da ist eine Palme vor, ey. Besser. Ups. Musst du schütteln. Nein. Da gehst du wirklich weg. Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Dun 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 dun. Was schon? Ich mach mal das Gemüse. Ich bin hier, war ja immer hörbar. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Like something? Ouh! Und am Land im Norden ist einfach... Gamm los! Boah das ist so geil einfach noch! Anpassende Farbe! Ich möchte eine andere Farbe! Ja ja, Bärchi Bärchi Bärchi! Das ist ein Bären! Da ist ein Bären! Das ist ein Bären! Das ist ein Bären! die sind immer da wenn du sie brauchst das sind die Bombe an der Leckd Eck ja das ist doch auch für darrer ich mache hier die special effects die Leckdow das war toll 18 am mixen Uuuuhh Wie viel kostet denn so ein 918? Eigentlich muss ich gleich weiden 806.000 halt Auf jeden Fall ja noch 250 Gut, gut, frei Ouuuh Kann man mal machen, ne wo ich jetzt zurück kann Bist du denn gerade Für eine Tasse Was bist du denn? Ich hab gerade versenkt, ich bin in der Tasse. Irgendwas auf dem Weg. Ist das ein Maserati oder ein Zonda? Oder Spahn? Oder was anderes kaufen? Zonda. Zonda. Pagani Zonda. Diese Zonda. 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 Alexander. Alexander. Oh Gott. Oh. Neweil. Da, 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 da. Ohne Reisemaschine. Uh, ich könnte mir den AMG GT kaufen. Oder Lambo. Jetzt geht mir aber wahrscheinlich. Das ist ja schon ein Bär leider. Und er macht ja aber auch cool. Deutsches. Handwerk Ohhhh 40 Ohhhh 40 Ohhhh Erstmal stöhnen Hurrakan Oh mich verkehrt Nix falsch machen Ist aber ein R8 bloß in Lambo-Form Oh, PS und 321 30 Ich bin so bescheuert Gut, dann geht's die 3S, Porsche Boah, der ist nicht so schnell Ach komm, geht hier Oh, ne Welch deck denn? Tinnten Dunder 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 Was geht denn bei den Motorhäumen ab, ey, what the fuck, ey? Keine Ahnung, gibt's denn da schon? Total geil das, weil erstmal muss ich... Boah, okay, das ist schon... Äh, das? Ja? Ja, genau, dann, oder? Das ist schon ein bisschen deine Mutter-Optik. Ja, ist wirklich so. So, leck mich am Arsch, Optik. Mann, aggressiv, oder nicht? Mann, das soll ja ein bisschen aggressiv ausschauen. Das ist schon ne 105, wenn du nicht gewusst hast. Mann,응, wasi. Ach, wie geil. Kann man eigentlich auch lieber spiegeln? Ähm, Vinyl-Technik? Na grad, ich verziehe gerade meinen... Ja, das kann man spiegeln. Du musst auf die Form praktisch drauf und dann mit... Du hast einen Controller, oder? Ja. Dann auf Start praktisch, also der rechte. Ah, okay. Da kannst du dann vertikal spiegeln oder irgendwie sowas. Ah, ich seh's, okay. Und auf die andere Seite übertragen oder irgendwie sowas. Cool. Ja, was? Alter. Was, was? Äh, boah, ah. Ja, wirklich. Boah, Alter. Ey, das kann ich... Ich mache nicht. Ich muss irgendwie artgerecht... ...bleiben, ey. Wo seid denn ihr? Noch in der Garage, aber ich bin gleich unterwegs. Erstmal kriegt der EF Series 2. Ach so. Könnte ich auch mal machen. Dann kann man... 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 Wer ist eigentlich ein bisschen wert. Und bei das. Und bei das. Ja. Da braucht man Momente. Alter Schwede. Wo ist denn das? Oh, wo ist denn das? Waschawinski, ey! Nooo! Gummibärn Höpfen hier und dort und überall Alles klar, Mann! Ich hab einen Rohrwurm, lass mich! Boah, der schaukt schon gar nicht mehr so scheiße aus! Ich weiß nicht, ob ich das hinten und vorne so mache Auf der Seite unterm Spoiler schon, aber vorne und hinten... Jan, wo bist du denn? Ich bin von Cisco Okay Ich bin's da Ach, du bist unten im Wasser Ach so Das ist ein blöde Schnurzflug, ey, ne? Joa, ich bin hoch! Hallo! Ich glaube, ich lass das Ich glaube, ich mach das ganz normal in Carbon-Optik Ja, doch ein bisschen zu viel Rot Ich bin natürlich auch noch mehr Optionen Ich bin natürlich auch noch mehr Optionen Ich gross, was ich hier mache Ich glaube, das hat sich bis zwei gewonnen Hey 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 Oh, ich muss bloß wir vor Ich probier' das Ich muss bloß bleiben Alles gut Ich bin gar nicht Ich bin gar nicht Machen wir noch was oder setzt du dir kein Abend? Weiß nicht. Das ist 10 nach 10. Ja, das kommt vor. Jan, du musst mir helfen. Jetzt nicht. Was? Wir haben gerade Aeropatix. Gottes Willen. Gottes Willen. Helving hat das schon mal gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach voll übertrieben ist oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht ganz sicher ist. Wow nicht wundern meine rote nach oben naa wer geht da rote 99 km ja oh nach 24 jubbär geht auch noch an hehehehehe hehehehehe das hätte die Gumbi wären der Boll Marie du wirst auch noch anfangen ich weiß es ja ja du summst es jetzt schon im Kopf eine von uns eine von uns was ah ne was was bitte was ja ich mach gerade was auch nicht schick ok wahrscheinlich Gummibärband der auf so ein Auto rauf weißt du ja genau hätte aufgegangen sind vielleicht Gummibär ja ich trau's dir gerade echt zu ja danke ja bitte ja ich spiel ok jetzt gefällt er mir ja doch irgendwie mit der Optik ist ok doch sieht echt aus wie ein Pool Ja, sei ja. Ach, was war's, ich mach hier die beiden Wände, ey. Du wirst mir noch danken, dass ich dich in diesem Classic Car Special untergebracht habe. Oh, verdammt. Mh, soll ich annehmen oder nicht? Ist mir egal, ich bin nur nicht wild und gewinne für mich. Ich habe es geschafft. Ich hab mir gesagt, mach das jetzt einfach, weil es gerade umbiegbar war. Machen wir schnell. Machen wir jetzt abgelehnt. Die macht die Science. Die macht die Science. Die Science. Die Science. Machst du Schilder, oder? Ich hab' den Auto bekommen. Boah, wie groß. Fertfeld, Fertfeld. Hi. Pfff, ich hab' den gleichen. Ja. Ich hab' den noch nicht gehabt, ne. Deswegen. Ach, die Science. Oh. Herr Welt. ズ우로 Schilder? Hi. Die Science. Ich hab' den noch nie nicht Rüstel-Mad Rüffleisch Rüstel-Mad Rüffleisch 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 Den Kommunen hab ich immer nur Ja man Was für einen ewig langen Text ich da immer so in Stream reingeschweben warf, ne? Chat Ja, ja, ja Am Sub-Rüffleisch, dass sie nicht legen Der ist ja gerade wagen gegangen Hm? Boah, Alter Rose ist all right, weil du letzter Blumeier 2JZ-Ghost du 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 2JZ ist ein Motor Praktisch zwei Turbolader Hallo, Lais Will man auf leicht oder auf schwer? Ja, mein ich, ok Vielleicht ist es für mich gerade schwer Ja Kommt da an Ich bin doch durchs Ziel gefahren Wollt leider zu spuren Oh Beute Meile Meile Jan Jan, schau mal Ich hab' ne Spielzeug Ja Alter, ist der sexy oder ist der sexy? Gib den mal das Oh, mit den roten Akzenten Ich weiß nur noch nicht, ob die Heckstoßstange zu viel ist, aber ich glaube nicht Es geht noch Es geht Es ist schon badass, einfach nur Er macht einfach nur BAAAH Der wegfliegt Okay Okay Okay, okay, mir Ich hab' mich am Arsch Rinder unter 12 Rinder unter 12 Rinder unter 12 dürfen sich an der Baubidine, was? Genau Ich hab' aber Ich weiß es nie Und jetzt? Dan 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 Maria, sollen wir noch in der Garage sein, oder? Jo Mist' du denn da? Dacht ich heute so gut Quizurerswirtschaft Yah Ich mache gerade mal ein Boot Oh Ich hol' mein Boot Boote, Boote, Boote Boote, Boote Das SSD Und dann hab ich eigentlich alles Wichtige Könnte ich eigentlich auch mal lackieren. Das hat er eine gute Fläche eigentlich. Ich bin eigentlich auch mal irgendwie... Geht'n das? Ach, das hat er. Das ist ja nicht bei Autos. Das Fahrzeug und hast du nicht gesehen. Das ist ja nicht bei Autos. Ich finde es schade, dass man hier keine Seitenschwelle und Spoiler dran packen kann. Das ist unrealistisch. Da, 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 da. Gibt's hier irgendwo ein Hashtag? Hashtag? Ja, nee, das muss man selber machen. Ja, jetzt übertreib mich da draußen. Ja, ein Hashtag. Lass mich. Hashtag, Hashtag. Passt. Naja, das gibt's leider. Klar, alles geht ab. Nein. Nein. Nein, doch. Das ist ja ein blöder Haufen. Brutal, Leute, ey. Was ist los? Oh Mann, das nervt mich selber. Oh, es ist so geil. Hier kommt die Sonne. Eins. Hier kommt die Sonne. Hier ist der, ist der Stern von allen. Ach, wo war das nochmal? War das von Heu mit jemandem? Ja. Oh, geil. Muss ich ja gleich wieder abstimmen. Nein. Was? Was? Toppelsubnat. Da muss ja ein Klappel ranhauen. Hins, hins, hins. Immer noch Bock drauf. Oh Mann, ey. Ich bin spät. Ich bin spät. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020